Eine Mission noch? Wuppa! Dann muss ich nämlich gleich außer Haus. Kann ich die Karte direkt auf lassen? Die Musik ist so pervers! Hallo da, das ist Thomas. Thomas, du bist schon wieder von der Unternehmung. Kommt mir die Mission gerade extrem bekannt vor? Oder kommt sie mir stark bekannt vor? Hot and heavy. Heiß und schwer. Heiß und fettig. So, good dog. Ich bin doch da gebärkt und sie bestellt ab. Okay, also gib mir mal dein Scheißmesser, du Penne. Anus! Zumal das gerade eben so sauknapp war, die Scheiße. Ich kann nicht raus. Oh ja, da hab ich jetzt gerade gefressen, ey. Okay. So. Der ist aus Versehen gegen eine Tür gelaufen. Und der da, keine Ahnung, hat echt Glück gehabt. Zwei Schuss nur? Ne. Oh, du Arschkind mal mit im verkackten Messer. Du kannst mit dem Messer zur Schlickerei, bitch. Ja, zur Schießerei meine ich. Ich versuch mal ganz kurz hin. Hat super geklappt. Oh. Ihr bekommt echt einiges mit, ihr zwei. Ach so. Ach so läuft das hier bei den Herren, ja? Ja. Nichts merken. Oh. Ich guck grad in die Cam-Reihe. Und dann passiert mir folgendes, gell. Hey ihr Dippe. Ich fühl mich unbesiegbar grad. Oh. Oh. Da, Pferdchen. Oh, das war jetzt aber ein ganz schöner Run hier. Uh. Oh, ich dachte mir wäre ein Hund, der beißt mir jetzt so in der Arsch. Na ja, klar. Nochmal genau so einen Run, bitte. Ich hab... Jetzt geht's natürlich nicht mehr. Es ist so klar, ne? Man macht eine Sache ultra geil. Und dann... Verkackt man acht Zilliarden mal. Ja, klar. Du kleiner Arschkeks lebst noch, gell? Ja, ja, ja. Das sind mir die Liebsten. Aha, aha. Das sind mir die... Ah, 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 ah. Gar kein Problem für Onkel Harald. Geht's lang? Doch jetzt wahrscheinlich wieder einen anderen Weg entlang, ne? Da ist die Tür. Oh, ja. Ach, du Kacke. Ey, sehe ich das richtig überall Glas? Oh, Ferkel, hey. Und überall... Überall Wanderer. Ja. Oh, Gott. Alter, wie schwer. Oder noch ein Hund. Ist nicht mal los? Nein. Oh,ne... Oh, 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 oh. Uff. Oh... Oh, komm schon, du kleine Kackgurke, Mann. Er kommt jetzt mit seinem verschissenen Schlagstock und bringt mich um. Komm her, Schuchtelhund. Ah, da ist ja einer drin. Oh Gott, was für eine leicht würzige Hunde hier. Dankeschön, Dekot-Hund. Okay, komm du erstmal her. Zack, zack. Oh, okay. Also, ich sollte meine Waffe nicht so blöd weit wegschmeißen. Okay, okay. Gut, der Raum ist jetzt schon mal leer. Also, hier ist noch einer. Ja. Okay. Ähm, ich hab jetzt noch diese drei Räume hier. Genau, von hier. Ach ja. Du Pimmelnase. Musst jetzt kommen. Echt jetzt. Vier Schuss noch? Ja, gut. Geh mal heim. Geh mal heim. Okay. Wo ist die nächste Treppe? Wo war die? Ah, da oben. Ist schon ein leicht schweres Level hier. Das Ambiente ist so, äh, 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 äh. Wunderschön, sag ich mal. Was ich so sagen darf. Oh, da ist ein großer neuer Mann. Ich glaube, er kann mir helfen. Oh Gott, danke schön, Pimmelnase. Okay, also. Ach ja, äh, äh, der mit dem Messer tanzt. Flippt einfach mal aus. Und klatscht mich um. Ruhig, sag ich, äh. Oh, naja, an soll ich. Oh, nein, 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 nein. Ich boxe den verkackten Affenhund. Ich boxe ihn mit meinen verschissenen Fäusten. In die Fresse. Ich will meinen Hund sehen, der davon nicht zumindest irgendwie, äh, äh, zurückschreckt kurzzeitig. Aber der geht nix. Das ist so ein Retriever, wisch? So ein schwarzer, schwarzer, goldener Retriever, du. Ah, so ein Schweinehund. Ja, vielen Dank, aber auch. Da, guck, ja, guck. Lauf der Leute aufzuheben, oder? Ich spuck dir die. Okay. Du? Dann. Nein, 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 nein. Oh, ich wollte gerade sagen, hätte ein verkackter Hund mich jetzt bekommen. Hallo, mein Name ist Jack. Ich bin ein Kack, wie ein Fäge. Okay. Er hat mich schon angeschossen, aber da kennt der Udo nix hier. Jürgen, da. Du auch nicht, gell? Mensch. Du schweineverkackter, kacki, fucki, Mickey, 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 Maus. Also, in, in, muss ich losfahren, in ungefähr fünf Minuten. Und ich, ich bin, ich hocke hier noch so gut wie nackt. Wenn die Kamera ein Stückchen nach unten geht, sieht ja nichts. Aber dennoch. Ich muss mich noch, ich muss noch mein Ausgehöschen anziehen. Mein Draußen, meine Draußenhose, ne? Ist klar. So, meine Draußenhose. Ich hab die einfach so, wie so einen, wie so einer, der immer, ich weiß auch nicht, wie so ein Mongo. Mit so einem Waschzwang oder sowas. Oder so ein Bazillen. Bei, Bazillenphobie. Okay, bitte jetzt einmal cool bleiben. Einfach mal durch. So. Schweinehund, komm her. Okay, also dick, dick, Mann. Hey, ja, Mann, ist doch cool, Mann. Okay. Gut, gut. Gut. Freut mich, freut mich. Noch drei Schüsse. Perfekt. Für jeden inne. Huh. Noch die Doppelläufige da. Aha, aha, aha. Nee, ich will die haben. Aha, aha, aha. Für, ne? So. Jo. Endlich. Endlich hab ich das Level doch geschafft, ich. Voll den Finger ans Mikrofon. Habt ihr bestimmt gesehen, aber ich tue jetzt so, als würde es dir gar nicht wehtun. Okay, gut. Das war's soweit. Ich werde jetzt, ähm... Okay, also ich werde das jetzt mal... Dabei belassen. Der fette Sack kann ruhig weiter seinen Kot naschen. Der Umhock, die Alte. Und ja, ich muss jetzt los gleich. Ciao, ciao.